Wollen Sie Ihre Immobilie verkaufen, möchten sich aber nicht mit Maklern und Besichtigungsterminen befassen? Haben Sie eine Immobilie geerbt und wissen nicht weiter? Oder sind Sie vielleicht Vermieter und möchten sich nicht mehr mit den lästigen Aufgaben des Vermieteralltags herumschlagen? Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Wir sind die Socher Immobiliengruppe. Ein junges Düsseldorfer Familienunternehmen mit einer Leidenschaft für Immobilien. Wir haben das Ziel, modernen und ansprechenden Wohnraum zu schaffen. Wir investieren unser eigenes sowie das Kapital unserer Investoren in in die Jahre gekommene Etagenwohnungen und Mehrfamilienhäuser im Großraum Düsseldorf. Gerne mit Sanierungsstau bzw. Aufwertungsbedarf. Wir sanieren alle Wohnungen und Gemeinschaftsbereiche sorgfältig und mit Liebe zum Detail. Dabei ist es uns wichtig, stets die Bedürfnisse der zukünftigen Mieter oder Käufer von vornherein in unsere Sanierungsmaßnahmen einzubeziehen. Dann veräußern wir die aufgewerteten Wohnungen entweder oder wir nehmen sie in unseren Eigenbestand auf und vermieten sie langfristig. Profitieren Sie von unserer Passion für Immobilien. Wir sind in der Lage, Immobilientransaktionen sehr schnell, auch innerhalb weniger Tage, zu realisieren. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, machen wir für Ihre Wohnung ein Bargeldangebot. Denn unser abgegebenes Wort gilt. Daran lassen wir uns messen. Sichern Sie sich noch heute unser verbindliches Bargeldangebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir sind die SOHA Immobiliengruppe. Private Investoren mit einer Leidenschaft für Immobilien. Besseter Besseter Besseter